Ja, ist halt doch eine Stange Geld. Aber ich sage dir doch mal, Schatz, die ist billig. Und in ein paar Jahren ist sie's doppelte Wert. Ich weiß nicht, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber... Schau, und hier werden wir eine Biedermeier-Kommode hinstellen. Und so zwei ganz luftige Biedermeier-Stühlchen. Und hier stellen wir ein Bett hin. So ein Barockbett, wenn wir eins kriegen. Und hier stellen wir die Stereo-Anlage hin. Und so ein Spiegel mit zwei passenden Goldrahmen. Und dann eine flache Barockkommode mit zwei Sesseln. Ja, das ist ja alles ganz schön, aber... Kein Aber. Und jetzt erzähle ich dir, wie wir das Wohnzimmer einrichten. Also hier so ein dunkler chinesischer Seidenteppich. Und da hinten so eine englische Ledersitzgruppe aus dem 19. Jahrhundert. Und hier ein Bücherregal. Wie bitte? Ein Bücherregal. Für Bücher, mein Liebling. Was für Bücher? Bücher zum Lesen. Ich brauch keine Bücher. Tja, du brauchst keine Bücher. Ich wrk. Die Blöden-Wücher. Ich Pretty. Warum.